Musik Oh, wo bin ich jetzt? Ah, was ist das? Ach, lol, hier kann ich, äh, Kois füttern. Hm, ein chinesischer Garten, wo ich, oder japanischer Garten? Sagen wir, japanischer Garten. Wo ich, ähm, Kois füttern kann. Das ist ja relaxed. Wird der dann größer? Wird der dann richtig fett, wenn ich die jetzt hier richtig überfütter? Was? Ich hoffe, ihr seid bereit für einen anderen Job. Klar. Äh, das ist doch du. Ich hab' ihn getötet, äh, ich hab' ihn getötet mit, äh, Koi-Futter. Ah, okay. Moment, wir speichern das mal. Weil, äh, mir ist aufgefallen, immer wenn er von Szene zu Szene springt, stürzt immer die Aufnahme ab. Das heißt, ich muss dann immer bei jeder Szene immer neu einsetzen. Mit der Aufnahme. Guck mal, der hat hier eine richtige Alkoholsammlung hier oben stehen. So. Ich würd' sagen... Ach, guck mal, da liegt... Da, da ist ja was. Das hab' ich noch gar nicht gesehen. Hallo? Äh, ist nicht wahr, oder? Oh nein, er hat es gegessen. Ist das eklig? Er hat einen Kaugum wieder unterm Tisch kleb gegessen. Warum? Warum macht er denn so ne eklige Scheiße? Okay, es ist doch ein Horrorspiel. Ja, okay. Das speichern wir mal nochmal, würd' ich sagen. So. Follow the Cowboy. Okay. Ein Cowboy gibt's ja auch in dem Film Die Reise ins Ich. Auch sehr witzig. Vom Regisseur Joe Dante. Dante. Und, ähm... Gremlins 2, der... Dieser Film, der da ganz kurz auftaucht in dem Telefon, ist ja auch von dem... Von dem Regisseur... Regisseur. Sit, hat er gesagt. Hey, you. Komm, sitz. Schau dir bitte. Hey, you. Komm, sitz. Kuchira. Oh, lecker. Hm. Das war ein bisschen der Kommen. Kommen. Was? Das war ein bisschen. 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 Taubenmilch. Bäh. Goumé. Kulte Kuchira. Sola. 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 Affenwasser. Ja. Du ekliges Schwein. Du. Und was du mich hier alles abfüllst. Das ist ekelhaft geradezu. So, hier gibt es wieder allerhand kranke Sachen zu entdecken. Oh nein, eine Kippe auf dem Boden. Also kommt, Leute. Wir alle wissen, was er tun wird damit. Oder auch nicht. Ich hatte jetzt schon gedacht, er hebt die auf und raucht die auf. Madame. Die Geishas hier, die sind... Ist es nicht recht, zu fragen, die Eiji ihre Funktionszüge zu fragen? Ha. Wie groß ist dein Kulti-Misch? Keine Instanz-Message. Kawari. Du magst mich in Kimono oder Kistario. Ha. Was für ein Wortspiel. Kimono oder Kistario, ist klar. Das Kimono macht mich auch B32. Oh Gott, ey. Das ist halt das Geek-Spiel schlechthin, ey. Oh Gott. Ist das der Cowboy? Der pinkelt gerade, ey. Moment. Brr, ass. Ha. Take my advice. Ja. Never overclock your underwear. Ha. Niemals die Unterwäsche übertakten. Ha, sauber. Ha. Can you spare my tea? I like to drink motor oil. Okay. Lol. Oh, das ist ja auch schon wieder so ein Spionage-Card. Ah. Ha. Das ICQ-Zeichen. Okay. Weiter im Text. Weiter nach vorne. Bulk the ghosting. Out of service. Autonomic Terra Machine. Currency Incinerator. Ha. Der verbrennt Geld, oder was? Geil. Wie ist die Banken halt so machen? Ja. Ach du Scheiße. Ihr Vasenladen ist, ähm, infiziert von, durch Fliegen. Mit Fliegen. Und ich muss jetzt die Fliegen im Vasenladen erklatschen. Ja, das klappt super. Gute Idee. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja, haha. Hallo? Stirb. Stirb, gefälligst du hässliche Fliege. Okay, alle, die auf dem Boden liegen, leben nicht mehr anscheinend. Zumichtig, 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 zumichtig. Yes. Ich bin in meinem Bett. Ich bin in der Überraschung. Das erinnert mich ein bisschen an dieses, äh, Bonus-Level in Mario Paint. Da musste man auch Fliegen klatschen. Aber da waren keine Vasen. Da war einfach nur, es war einfach nur eine Fläche und da kamen dann immer mehr Fliegen. Ja, und jetzt? Ich bin nicht diese Art von Mädchen. Das ist ein erwarteter Tast. Hm. Ich bin irgendwie das jetzt. Ich bin irgendwie das jetzt. Ich bin nicht das Kind von Mädchen. Das ist ein erwarteter Tast. Ich bin irgendwie das jetzt. Ich bin irgendwie das jetzt. Wegfliegt. Was gibt es hier? Wieder irgendwas Ekliges? Das ist übrigens tatsächlich so. Das ist kein Scheiß. Ähm. Die japanischen Nudelsuppen, die werden geschlürft. Ja. Das ist nicht irgendwie schlechte Tischmanieren oder so, was der da gerade gemacht hat. Die essen das echt so, die Japaner. Die schlürfen ihre Suppen rein. Habe ich in einer Doku gesehen. Ja. Also, ich war ja noch nie in Japan. Was ist das denn? Das ist so ein Ohrenstöpselsticker. Damit kann ich Leute schlagen. Ach, lol. Ach, lol. Ich fühle mich so, wie ich hier bin. Äh. Was hat der alles in seinem... Gehirn? Oh nein, nicht essen. Ich hab das Gehirn gegessen. Na und? Jetzt fühlst du dich besser. Kannst du wieder hören? Das ist viel besser. War mir ein Vergnügen, lieber Freund. Äh. Nicht. Nippon- Talnet. Oh oh, er verbindet mich tatsächlich zu jemanden. Ist nicht servisend, bitte versuch ich wieder. Okay. Moment. Fünf, fünff, 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 fünff. Ist nicht servisend. Okay, egal. Anscheinend muss ich die Telefonnummer finden. Oh, die Musik macht mich irgendwie grad ein bisschen körre. Meine Schuhe? Haha. Lull. Ach, Sushi. Der Sushi-Koch. Guckt mal. No entrance. Please. You may not enter. Also, I am a terrified of Spiders. You are not professional swatter. Missileo night this. Lass mich durch. Die finden das geil, wenn ich die klatsche. Kann ich mich hier, kann ich hier... Was tut das Glas jetzt gut? Damit kann ich anscheinend Sachen einsammeln. Da ist der Cowboy, den muss ich beschatten. Ah. Bist du tot? Ah, okay. Die muss ich fangen, okay. Ich muss sein Restaurant anscheinend von Spinnen befreien, weil er meint ja, er mag keine Spinnen. So. Ach nee, Moment. Ich muss ihn damit erschrecken bestimmt. Ich muss ihn mit den Spinnen erschrecken. Schnauze. Ja. Ich bin total pervers. Ein Frauenpiss war. Wie geil ist das denn? So, jetzt habe ich drei von fünf. Irgendwo muss ich noch eine verstecken. Äh, zwei. Zwei müssen sich noch irgendwo verstecken. Mit Sicherheit irgendwie unterm Tisch oder so. Da. Irgendwo ist noch eine Spinne. Komm, wir brauchen noch eine. Nochmal hier reingucken. Nicht, dass ich hier einen übersehen habe. Nochmal in die Decke gucken. Mal springen auch. Ich muss nochmal hier rein. Habe ich irgendwas? Ist dahinter hier eine? Nee. Hm. Komisch, komisch. Eine Spinne fehlt noch. Ah. Hab dich. So. Hier, guck mal, spinn. Ha ha ha. Stirb. So. Kugelfisch. Du hast eine schmerzende Fugu-Technik. Oh. Ich habe mich verletzt. Ich kann den Kugelfisch... Du hast mich nicht schmerzt. Ich habe den... Ich kann den Kugelfisch als Giftspurze benutzen. Wie geil ist das denn? Ich kann den Kugelfchschen... Ja. Der Kugel. Kann ich das mit jedem machen hier? Kugelfisch. 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 Kugelfastisch. Kugelfisch. Ja, super, super, super. Ich liebe dieses Spiel. Na, wo ist er hin? Weg ist er. Huch. Oh, er hat sich... Ja, ich hab's instinktiv richtig gemacht. Wie geil ist das denn? Was kann ich jetzt damit machen? Target acquired. Super. Ich hab seinen Darm. Er musste sich einfach nochmal richtig auskotzen. Ja, mit Kugelfischgift. Und jetzt hab ich seine Innereien geklaut. Und da ist sogar irgendwie so ein Code, so ein Scan-Code ist da drauf. So ein verpixelter. Den man auch immer auf Fahrkarten und Kinokarten und so drauf hat. Interessant. Was? Nee, du kannst da weggehen. Ich will meine Schuhe wieder haben. Egal, komm. Return to Darlington Station. Okay, Moment. Erstmal speichern. Oh, ich hab die Schrift umgerannt. Hier regnet's Geld. Guckt mal. Hand auf die Wettbewerbe. Und wir werden nichts verdammt. Mythos. Äh... Äh... Was ist das? Blockbasterd-Video? Tape Return Okay Ähm Die wollen mir das Material abnehmen Kann ich die irgendwie umgehen? Kann ich irgendwie anrufen? Komm ich ruf mal an 1-1-0 Not in Service Ja Schade Kann man doch wirklich irgendwie mal eine Nummer anrufen? Warte mal Ich hab eine Fliegenklatsche Ha Ihr Luschen Da Aus dem Weg Aus dem Weg Ich mach euch alle kaputt mit meiner Fliegenklatsche So Komm alle Neune jetzt hier Komm Bitte nicht mich hauern Ich bin ein sehr junger Mann Ha 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 A A A A A A A A A Untertitelung des ZDF, 2020